Hallo, hier ist dieser Paul mit dem Thema Docker installieren. Am Anfang erst einmal die Antwort auf die Frage, was ist Docker überhaupt? Docker gehört zur Kategorie Virtualisierungssoftware. Die in Go geschriebene Open Source Software für Linux ist im März 2013 erschienen und steht unter der Apache Lizenz. Die offizielle Webadresse lautet www.docker.com. Durch Docker können Anwendungen mit allen Abhängigkeiten, Systemtools und Bibliotheken in Containern mit virtuellen Betriebssystemen isoliert werden. Die Apps laufen abgeschottet von anderen Containern und abgeschottet vom Betriebssystem. Was ist der Unterschied zu virtuellen Maschinen? Jede virtuelle Maschine enthält die Anwendung, alle nötigen Systemtools, Bibliotheken und ein ganzes Gastbetriebssystem. Bei Docker hingegen teilen sich alle Container den Kernel. Das vollständige Gastbetriebssystem entfällt. Das macht die Docker-Container schlanker, effizient und portable. Die Apps im Docker-Container laufen überall dort, wo Docker Teil des Systems ist. Bei Debian, Fedora etc. Man muss sich nicht um irgendwelche Abhängigkeiten oder Einstellungen kümmern. Aber nun zur Installation. Dazu starte ich ein Terminal-Programm und überprüfe, ob das Tool VGET vorhanden ist. Sollte das nicht der Fall sein, kann ich VGET per Paketmanager nachinstallieren. Anschließend führe ich folgenden Befehl für die Installation aus. Damit ich nun auch als Nicht-Admin Docker starten kann, füge ich noch meinen Benutzernamen zur Gruppe Docker hinzu. Und zwar mit User-Mode minus A, groß G, Docker und dann kommt der Benutzername. Mittels System ctl-start-Docker starte ich den Dienst Docker. Und anschließend kann ich mittels Kommando Docker run hello-word überprüfen, ob Docker auch korrekt läuft. Docker ist das Programm, das genutzt wird. Run heißt der Docker Befehl, um einen Container zu erstellen und zu starten. Hello-word ist das Image, das in den Container geladen wird. Um Docker bei Linux Mint zu installieren, müssen zwei Pakete nachinstalliert werden. Einmal das Paket docker.io und das Paket AppArmor. Danach muss der Dienst AppArmor gestartet werden und Docker muss ebenfalls als Dienst, als Daemon gestartet werden. Anschließend kann man auch, wie das hier schon der Fall bei Fedora war, mittels Docker run hello-word überprüfen, ob Docker auch läuft. Das war User-Power-Doben-Screencast. Ciao und viel Glück.